hallo und herzlich willkommen bei zu zweit verpeilt mit mir herrn trakatze und the walking dead new frontier vor einigen wochen sind ja schon neue episoden rausgekommen und mass effect andromeda ist dazwischen gekommen deswegen spiele ich das tatsächlich jetzt erst nach ich habe auch schon gelesen dass einige leute probleme hatten mit ihren safe games tatsächlich als ich vorhin kurz angestartet hatte mit der mit der lust das spiel endlich mal zu spielen hatte ich das auch aber jetzt beim neustart habe ich netterweise feststellen dürfen dass alles wieder normal ist das heißt ich muss zumindest nicht episode 1 und 2 nochmal durchspielen und deswegen würde ich jetzt sagen wir fangen einfach direkt mit episode 3 an ich halte die klappe denn es gibt bestimmt noch mal eine eine rückblende genau und das ist die rückblende wir machen das licht aus jetzt hier aber leise ganz leise der ladewildschirm darf mich nicht unterbrochen werden wirklich nicht siehste heiße previously on the walking dead das gefühlt achte mal weh hey 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 das kennen wir auch noch tschüss tschüss Oh nein! Danke, Clem. Was redest du? Du bist einer von ihnen? Du bist so richtig, dass sie ist! Wenn du mich willst, schießt, schießt! Wieso, ich schiebe deinen kleinen Mann hier? Ah, Mann, 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 Mann. Ja, es ist alles eskaliert, was wir eskalieren konnten. Ich erinnere mich. Es ist alles im Überfluss. Ist auch noch er hier? Oh mein Gott. Das wird... ...wichterlich enden. Glaube ich. Deine Entscheidung wird bestimmt im Verlauf. Ja, ja, ja. Kennen wir, kennen wir, kennen wir. Aber danke für die Information. Es geht weiter. Ja. Ja, wir sind ein bisschen. In front of the Wallace's house. Ich wünsche mir einfach, dass es ein leichter Weg gibt. Und dass wir nicht riskieren Leben und Leben. Wir sind immer noch ein bisschen. Ich bin immer noch ein bisschen. Für die Essen und Wasser. Und für die Karte. Für die Karte. Nichts ist einfach mehr, Kate. Aber das bedeutet nicht, dass wir uns nicht versuchen. Ich weiß. Es ist einfach schwer. Das ist alles. Wir kommen da hin, wir holen den Tank, und wir kommen nach Hause zurück. Wenn wir glücklich sind, wir sehen uns nur einen von diesen Sachen. Fingern geschlossen. Da ist es! Eine Rückblende. Den ganzen Wagen? Ist hier noch mehr? Nein? Okay. Und... Oh, scheiße. Oh nein! Oh nein! Oh nein! rieieieieitet eines celles kleine 아이들 haben wir da Fixer auf mich zu retten dann..! das ist nicht sicherlich kann ich sein chim is los Du darfst nicht zögern, Frau. Aber das Kind, du wusstest, ist weg. Alles, was fehlt, ist dieses... ...Thing. Ich weiß nicht, was sie nennen. Wenn sie nicht Menschen sind, wenn sie nur die Möge... ...Mutte... Das ist, was wir nennen. Ich dachte, wir werden sterben. Ich dachte, Gabe und Mariana werden nur wundern. Dann wären wir nur... ...Gut. Wir sollten... ...ein wirklich zurückkommen. Ja. Okay. Ich weiß, wir alle wollten hier, in der Haus, ...und warten für David zurück. Aber es hat drei Monate, ...se er mit deinem Mutter weggebracht hat. Was sagst du? Wir sind nicht sicher hier. Nicht mehr. Du und ich könnten uns getötet haben, für eine feine Lüge. Da muss man sicher sein. ...und ein guter Ort. Also? Wir gehen. Wir gehen woanders. Wir gehen woanders. Woanders sicherer. Woanders mit verrückten Böden, okay? Und ein Garten, ... die 20 Meter großartig. Wir denken, dass die Kinder glücklich sind mit diesem Plan? Die Kinder verstehen. Und wenn sie nicht, ... wir werden sie einfach sehen. Wir müssen gehen. Warum? Wir gehen. Was soll ich nicht gehen? Was soll ich gehen? Dane. Wir sind sicher in der Haus. Und ich glaube, dass wir mehr Essen in der Stadt finden können, ... wenn wir nur schwerer sehen können. Wir sind Angst, dass wir Angst haben. Wir sind Angst, ... wenn wir uns alleine gehen. Und es wird nur noch schlimmer. Es ist besser, wenn wir jetzt gehen. Wenn wir noch nicht können. Was ist der Vater? Was wird er denken, wenn... ... er kommt, und wir haben ihn einfach. Wir müssen ihn nicht wiedersehen. Wir müssen uns jetzt nachdenken. Wir müssen uns selbst nachdenken. Ich wünsche, dass Dinge anders waren. Aber... ... unsere Sicherheit ist wichtiger. Aber wir sind sicher hier. Nein. Wir sind nicht. Ich bin sorry, Gabe, ... aber... ... Javi ist richtig. Wie geht's euch, und ich bin hier? Du bist ein Kind. Das ist nicht wie es funktioniert. Ich kann sich selbst ausführen. Ich kann mich selbst ausführen. Und wenn ich keine Hilfe brauche, ... werde ich einfach... ... meine Freunde fragen. Mhm. Gabe? Honey? Was? Was? Ihr Freunde? Was... Was ist falsch mit ihr? Warum ist sie so wunderschön? Sie ist schade. Ja. Ich hoffe, es hilft, dass du verstehst... ... warum wir gehen müssen. Oh ja. ... woher wir uns ausführen... ... wenn das passiert? ... ich kann es nicht behalten. Wenn wir müssen gehen? Tomorrow. Als es daylight ist. Ich will ihm ein Buch. Ich werde dir einen Empfehl. Okay? Was werden wir ihm sagen? Ich will sagen etwas gut. Halt ihn, dass wir ihn finden. In irgendeinem Fall werden wir alle wiedersehen. Ich mag das. Ich werde es jetzt schreiben, damit wir nicht vergessen können. Natürlich. Ich werde ihm helfen. Danke. Wirklich. Warum guckt sie jetzt so? Verschwörerisch. Achso. Indruck. Ich halte die Klappe. Einfach polizistisch. Nimm ihn mit. Der arme Hase. Den brauchen wir nicht mehr. Höchstens zur Ablenkung. Aber den da. Nein, Baseball. Junge. Ablenden Lagen. Ablenden Lagen. Ablenden Lagen. Ablenden Lagen. Ablenden Lagen. Ablenden Lagen. Im Grunde haben wir das denn damit jetzt erfüllt. Dad? Javi? Ist das wirklich du? Ich habe immer noch nicht erwartet. Ich dachte, du warst. Ich dachte, du warst, Mann. Ich dachte, du warst. Du warst lange. Ablenden Lagen. Keine Glück. Ich weiß, du warst noch nicht. Ich wusste es. Hey, Weapons auf. Das ist meine Familie. Wir haben keinen. Wir haben keinen. Oder? Ich weiß, du wirst sie sterben. Nein. Ich habe das nicht gesagt. Der Doktor wird dir helfen, honey. Ich werde sicherer. Wait, ich gehe mit dir. Entschuldigung, aber die Resten müssen direkt nach Quarantin. Was für? All newcomers werden nach Bezüge. Und sie müssen alle ein paar Fragen stellen. Der Doktor wird die beiden. Aber die Resten müssen mit mir in die Quarantin-Holling Area. Nichts? Ich bin Davids Bruder. Ich gehe mit ihnen mit ihnen. Wir haben Prozedur hier. Prozedur, die folgen müssen. Selbst wenn du zu David sind. Ah, das ist Scheiße. Ja, gut. Komm schon. Ich werde da so schnell wie ich kann. Los geht's. Ich kann die ja verstehen. Wir sind Außenseiter in deren... äh, in deren Augen. Und vor allem sind wir BID-Ständer. Oh Gott! Elinor! Sie lebt. Und wir haben das Auto, ohne dich in dir gefunden. Ich wusste nicht, was zu denken. Der Motor ist weg. Ich bin hier, um Hilfe zu finden. Und... das ist passiert. Ich bin so Angst vor Kate. Ich habe ihnen gesagt, sie braucht einen Doktor. Sie haben mir gesagt, dass jemand in die Augen zu schauen. Bitte, erzähl mir, dass sie sie gefunden haben. Sie haben definitiv nicht versucht. Weil sie noch in der Auto ist. Aber das ist verrückt! Ich habe ihnen gesagt, dass sie sterben. Ich habe ihnen gesagt, dass sie nicht eine Priorität haben. Ich habe ihnen gesagt, dass sie eine Krankenhäuser haben. Ich bin so Angst, Javi. Ich bin so Angst, Javi. Wirklich. Aber ich hatte keinen Grund, nicht zu glauben. Was? Die Leute hier in Richmond. Sie sind neue Frontier. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, you ain't even heard the worst part yet. One of them's his brother. I didn't even know you had a brother, Javi. Maybe it's a good thing. We've got somebody on the inside. Somebody who can vouch for us. Vouch for you, maybe. Javi could be right. One word from David and the others came running to take Kate to the hospital. Whoever this guy is, he can't be all bad, right? Your first part? I mean, he helped Kate instead of hauling her down here. Of course you brought her inside. She's his damn wife. You're kidding. Kate is married to your brother? The way you two acted around each other. The only reason I know Kate is because she married David. I was the best man at their wedding. Wow. Okay. Family drama aside. Hope you know I'm not about to make nice with New Frontier. I know you didn't have much stake in Prescott, Javi, but they burned that place to the ground for no fucking reason. After everything you folks told me, I'm guessing I'm not gonna find my people alive. Hell, Javi. They killed your niece. They shot Kate. For all we know, your brother could have been behind it. You don't have to convince me. I was still there, guys. It wasn't his idea in the first place. If he knew about it and didn't stop it, that shit can't stand. I hate to admit it, but there's a chance he gave the order. If he didn't know it was them, if he was just trying to get paid back for what was stolen, it's possible. What was he like when you knew? You guys get along? He seemed happy enough to see you up there. At least at first. Things between me and him were complicated. Some days we'd be at each other's throats. Other days we could shoot this shit for hours and still find stuff to talk about. So he's a moody son of a bitch, huh? If your brother knew anything about what happened in Prescott, he's gotta answer for it. They all do. I owe that to Conrad. I owe that to Conrad. I'm not just gonna let things slide. I've never really been an eye for eye kind of man. But people died. We need to even out the scales. We need to look like we're playing along with their rules. Go along with what they say. For now. Then, when the time is right, that's when we demand justice. Hey. Hey. Guter Plan. Den er wahrscheinlich mitbekommen hat. I would've been here sooner, but I had to take care of something. Mhm. Come on already. Kate's asking for you. Maybe you think it's okay to keep a lady waiting. What about the rest of my friends? They're not invited. Hurry up now. Looks like the rules don't apply to everyone, huh? That's right. Some people get out of here early. Others stay a long fucking time. Trip. Just drop it. Okay? Okay? Bleib geschmeidig. This is my cookie, this one. Harvey. Just go. I'll be back as soon as I can. You know that. Thanks. Ah, now it's very sour on us. What if we did it as well? I can't ask for what my friend did that before. No problem. I think so. It's a big problem. No problem. Oh. Oh no problem. We did it for now? Oh no problem. Oh right, I'll have done that. Ich weiß nicht, ob ich ehrlich sei. Wie sind viele Leute gerade hier? Er hat mir gesagt, dass du Mariana verloren hast. Nur ein paar Tage vor. Oh. Ich bin sorry, David. Sie ist... Sie ist weg. Wenn deine Leute sie erschossen haben. Es ist strange, dass du die gleiche Person zweifelst. Wie verlierst du etwas, was du nicht wusste, was du hatte. Was war sie, Javi? Sie war so klein, als wir uns verabschieden. Wer war meine kleine Mädchen? Wir sind gut. Sie hat mich überrascht. Sie hat mich überrascht. Das... Sie hat mich überrascht. Wie... Wie hat sie sterben? Sie hat mich überrascht. Sie hat mich überrascht. Sie hat sich überrascht. Sie hat sich überrascht. Sie hat eine Gerichte. in der Erde, sie war schmierig. Und dann jemand hat eine Bühne in ihre Hände. Was kind of animal würde sie einfach öffnen, auf sie so? Ein animal mit deinem Mark. Meine Leute sind in der Habe, zu töten kleinen Mädchen. David, ich war da. Sie schrauben Kate, auch. Ask ihr buddy in der Garten, wenn ihr nicht glaubt. Max war ein Teil davon? Fuck. Ich brauche die Details. Was die Hölle ist da? Ich brauche genau was passiert. Alles, was du erinnerst. Die Bastards mich auskaußen und mich in der Trucke. Ich bin weg, neben der Stadt, Prescott. Die gleichen Arschlöse haben uns da. Der Leiter flügelte es mit Walkers und Teargas. Leiter? Ein verrückter Mann mit einem Beard. Badger, was du jetzt hast du gemacht? Ich werde das blöde 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 blöde, okay? Mach mir ein favorit. Keep das zu dir selbst. Die Politik hier, sie können sich verletzen. Ich dachte, du war der Boss. Es gibt vier von uns, die Räume gehen. Du musst die anderen drei impressieren. Oder du bist zurück auf der Straße nach der Morgen. Ich versuche nicht, dass ich es nicht verletzen kann. Du und deine Freunde können einen sehr kurzen Tag haben. Ich kann mir sehr beeindruckend sein, wenn ich das versuche. Ich folge deinen Weg. Es ist einfach nicht so schön. Ich schaffe Sicherheit hier. Aber es ist nicht wie meine Worte, es ist die Wahrheit. Diese Scheibe mit Badger macht es nicht mehr. Ich versuche es nicht mehr, es ist mehr einfacher. Ich verpasse nicht mehr in meinen Faden und Kopf noch. Was ist das frische Fleisch? Ava, das ist mein Bruder, Javi. Der Baseballbruder? Keine Scheibe. Was sind die Chance, dass du auf der Türkei auf der Türkei aufstehen? Mein Bruder hat mich überrascht. All das Zeitpunkt, am Anfang. Oh, gut, ich hoffe. Ich glaube, du wirst die Antwort auf das. Was ist nicht? Gabe sagte, du gehst nach der Türkei. Zu Beginn. Ich bin sorry, ich habe dich nie gefunden. Wir haben dich auf den Türkei. Für drei Monate. Insofern, die Türkei wurde überrascht, und wir mussten uns gehen. Warum hast du nicht zurückgebracht? Mama und ich wurden aus der Stadt aus der Türkei, auf der Weg nach dem Krankenhaus. Es war nicht lange bevor sie... Poor Mama. Ich konnte nicht zurück in Baltimore zurück, also habe ich mit meinem alten Einwander. Wir denken, dass wir eine Sicherheit haben, außerhalb des D.C. Nachdem, was passiert mit Mama und allen anderen ist. Ich dachte, dass du alle sterben warst. Aber du hast sie geholfen, nicht wahr? Ich denke, du hast einen Weg gefunden. Ich werde nicht lieb. Ich habe nie gedacht, dass du in dir gerät warst. Ich würde hier nicht sein, wenn es nicht für Kate gewesen wäre. Ich denke, du hast mittlerweile auch eine eigene Frau, oder? Oder eine neue. Irgendwie sowas. Ich denke, du hast alles, was du brauchst? Ja, das Ort ist wie ein Resort. Schau mal, Javi. Nudeln und eine Kappe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Statt, du hast dich in einen Soldaten. Javi, ich bin froh, dass du okay bist. Ich würde sagen, das gleiche über dich. Schau mal, dass du wiederholt hast. Schau mal, diese Familie. Schau mal, meine Frau. Es muss eine Entzündung sein. Ich bin gut. Ich wollte nur mit dir sprechen, alleine. Ich bin Angst, Javi. Mehr als ich das ganze Zeit auf der Straße bin. Selbst als ich dachte, ich werde sterben. Alles in mir in mir schreit, um zu entfernen von hier zu gehen. Diese Menschen sind killen. Und David? David threw seinen eigenen Bruder in eine Karte. Ja, ich weiß, was du sagen. Das Ort gibt mir die Creeps. Ich bin froh, zu hören. Ich bin froh, dass du hier durch die Sicherheit verletzt hast. Es sind immer du und ich auf der Straße, Javi. Das ist, wie wir es so weit haben. Bitte. Ich versuchte, wir werden zurück zu diesem Ort. Die erste Chance, die wir bekommen haben. Ich werde versuchen, aber ich kann es nicht. Dieses Ort ist ein Karte. Wir können uns nicht in uns selbst locken lassen. Ich höre, du, Kate. Aber wir können uns nicht nur unsere Beine auf dieses Ort, auf meinen Bruder. Wir müssen versuchen, es zu machen. Wir müssen uns nicht so weit machen. Ich habe das zu sagen, das über mein Bruder zu verletzen. Ich glaube, es geht noch nicht. Aber einfach. Ich habe nur... Bitte. Ich schau dir nicht zu mir, dass ich zu lange. Du fühlst? Wie geht's dir, Schreit? David hat ein paar Schmerzen. Hallo, Doktor. Es ist jetzt weniger. Es ist verrückt, wie es nur kommt und geht. Ich glaube, sie hat ihre Stütze gesetzt, als sie aufsteht. Stütze? Ich wundere mich. Aber die Schmerzen oft kommt in Wagen, mit Abdominalen. Ich gebe dir etwas, um die Stütze zu entfernen. Wenn sie zurückkommt. Ein wirklich superlative. Ich dachte, ich muss sich operieren, aber... all sie braucht war IV fluids und ein paar Antibiotika. Wie findest du jemanden mit diesen Fähigkeiten? Eine Schmerzen wie diese, die 9 aus 10. Wer macht das, wirklich kennt ihre Sachen. Wir haben Glück. Wir haben eine Gruppe mit einem Medik, Eleonor, vorhin Kate getötet. Das gleiche Gruppe in Quarantin. Sie ist da jetzt? Wir sollten sie rauskennen. Ich verabschiede sie. Entschuldigung. Ich habe Ava bringe sie hier. Ich möchte diese Eleonor treffen. Ich bin sicher, sie wird ein Asset in unsere Gemeinde. Sie können nicht nur die Schmerzen, die du willst. Warum kannst du sie alle rauskennen? Sie können sie alle auskennen? Sie können alle auf einem Schmerzen mit einem Schmerzen und keine Anesthetik machen? Das ist deine Antwort. Javi und ich müssen jetzt ein paar Leute treffen. Mal sehen, ob wir können, dass er es wert ist. Wir werden wirklich gut nehmen. Okay? Ich werde meine Schmerzen, David. Ich werde nicht mit ihr machen. Ich fühle mich gut. Alles gut. Ich möchte nur ein Schmerzen an meinen Patienten auf meinen Schmerzen. Die anderen wissen, dass ich meine Votation mit dir sind. Das hoffe ich doch Wir haben hier sehr, sehr viele schwierige Situationen vor uns Oh Gott Klappe halten, was mit der Kleinen, was die Kleine anbelangt Gleichzeitig helfen, gleichzeitig unsere Leute rausholen Dann gemeinsam flüchten Oh Gott Oh Gott